Der Kinocast Hallo und willkommen hier zum neuesten Kinocast, zur neuesten Ausgabe unseres Kino- und Filmpodcasts. Hallo Chris. Einen wunderschönen guten Tag, hallo. Hier ist der Erik, ich begrüße alle ZuhörerInnen da draußen vor den Empfangsgeräten auf euren Walkmans, wo ihr das jetzt hört, draußen unterwegs seid. Auf Kassette, mitgeschnitten im Radio. Genau, aufgenommen und auf Kassette oder Tonband. Auf Tonband. Ja, willkommen hier und wir haben neue Filme mitgebracht. Einen, der ist so neu, der hat noch nicht mal einen Kinostarttermin oder kommt vielleicht sogar gar nicht ins Kino, sondern direkt ins Heimkino, weiß man nicht genau. Ich war da schon in Kontakt mit dem Filmverleih unter der Woche, um das herauszufinden. Es handelt sich um den Film Strange Darling, aber ihr müsst jetzt nicht gleich abschalten. Das muss nicht heißen, dass der schlecht ist, sondern ich glaube, der war ganz cool. Schauen wir mal. Ganz anders halt, ne? Ja. Sagen wir es doch so. Dann haben wir für euch die einzigen und nur hier die offiziellen Kinostarts der Innenstadtkinos in Stuttgart für die vergangene Woche, wo ich mich ein bisschen gewundert habe, so über die, aber na gut, kommen wir nachher dazu. Dann sprechen wir natürlich über die Neustarts der Woche. Was könnt ihr im Kino erwarten? Was gibt es da schönes? Wann sind Ferien? Ist noch ein bisschen hin? Ähm, übernächste Woche. Übernächste Woche, okay, ja. Naja, wenn jetzt da ein Top-Neustart anläuft, dann strahlt er ja bis in die Ferien rein. Vielleicht ist da was dabei. Und ich habe noch im Heimkino, wir haben einen Rezensions-Screener bekommen. Also wir haben viele Rezensions-Screener, ihr könnt euch vielleicht erinnern, wir hatten mal so eine Reihe von Screenern, die allesamt nicht so besonders waren und von dieser Firma haben wir wieder einen Screener bekommen. Herzlichen Dank dafür erstmal. Ja, ja. Das wissen wir echt doch auch zu schätzen. Das ist mir ein inneres Blumenpflücken. Ähm, jedenfalls habe ich mir da den, den der am wenigsten oder den der am crazysten aus der Reihe rausgepickt. Da waren viele so Weihnachts-Rom-Coms schon dabei. Da bin ich noch nicht ganz so in Stimmung, obwohl ich schon gestern Domino-Steine gegessen habe. Ähm, bei uns gibt es schon Spekulatius hier im Haushalt. Ja, ja, es gibt schon hier auch so diese Lebkuchenherzen mit Füllungen und so. Ähm, habe ich mir den Film Eiszyklon, englischer oder Originaltitel Super Icyklon, habe ich mir rausgepickt. Ähm, mal gucken, was wir da erwarten können und passend dazu, Achtung, Überleitung, habe ich den neuesten Schlefatz angeguckt, nämlich Frankensteins Kung-Fu-Monster. Genau. Ähm, ja, ich habe eigentlich die anderen Schlefatz auch alle geguckt, aber da habe ich irgendwie in den letzten Wochen, weil wir andere Themen hatten, nicht so richtig drüber gesprochen. Okay, Strange Darling, Chris, wer war denn die, das strange Darling hier oder wo? Strange Darling. Wir müssen vielleicht dazu sein, äh, ich glaube, wir müssen hier ein Spoiler-Teil einführen, das heißt, vielleicht, äh, sagst du erstmal so spoilerfrei, was man so sagen kann und dann gehen wir mal ins Spoiler-Teil, dann kommen wir nochmal zurück für die Endwertung, das heißt, wenn ihr den Film noch sehen möchtet oder wenn euch das irgendwie interessiert, dann müsst ihr einfach den Spoiler-Teil skippen, dann habt ihr quasi die spoilerfreie und unsere Einleitung und unsere Wertung. Auf geht's. Ich, ich versuche es mal so gut, wie es geht, ähm, zu, zu, ja, zu beschreiben und zwar, wenn ich es jetzt gerade hier richtig sehe, wird er wahrscheinlich Direct-to-DVD kommen, also doch am 12. Dezember, am 12.12. wohl. Ja, also er soll am, also was schon feststeht, er kommt am 5. Dezember digital zum Laien und ab 12. Dezember auf Disc und die, der Filmverleih, ähm, die haben den jetzt erst relativ neu ins Programm reingenommen, Cape Light und ich war jetzt letzte Woche mit denen in Kontakt, die haben gemeint, sie wissen noch nicht genau, ob sie vielleicht im November nochmal in einem Limited Release mal ins, ins Kino bringen in Deutschland, also da überlegen sie gerade noch, wo es vielleicht passt. Der lief in irgendwelchen Fantasy-Filmfests auf jeden Fall, relativ erfolgreich und auch anderen Festivals und ja, jetzt gucken sie halt mal, ob sie da noch eine kleine Kino-Auswertung machen oder ob sie denen vielleicht auch in anderen Sneaks noch zeigen, ja. Okay, ja gut, also es ist auf jeden Fall Strange, Darling, Regie und Drehbuch von J.T. Molnar mit Villa Fitzgerald, Kyle Gellner und Barbara, 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 Hershey und ja, ich versuche es wirklich so spoilerfrei wie möglich zu verpacken, also als ich zugestoßen bin, ich weiß nicht, was in den ersten Sekunden noch groß passiert ist, aber ich habe gesehen, eine Verfolgungssag zu Beginn, wie eine jüngere Frau mit dem Auto wegfährt und hinter ihr her, einer ist, der Drogen schnupft und mit einer Schrotflinte, der wahrscheinlich Slug-Munition geladen hat oder sowas, dann auf sie schießt und sie ist quasi in panischer Angst und auf der Flucht vor ihm. Gab es da davor noch was anderes? Ja, ja, also genau, du hast mir gerade entfallen, du bist ja erst reingekommen. Also es war eine Texttafel, eine sehr lange, die ist zwar nicht so in den Bildschirm reingeflogen wie bei Star Wars, war aber ungefähr fast genauso viel Text. Und zwar geht es darum, es gab wohl in Amerika so eine Serie von Morden, die lange Zeit nicht aufgeklärt wurde, auch über einen längeren Zeitraum. Und diese Serie von Morden wurde jetzt für den Film mal dramaturgisch aufbereitet, quasi so eine Art True Crime Podcast als Film so ein bisschen. Und das sehen wir dann halt. Und der Film ist in Kapitel aufgeteilt, die aber nicht richtig sortiert sind. Also wir fangen da, glaube ich, mit Kapitel 3 an. Das hattest du, glaube ich, auch nicht gesehen, wo du reinkamst. Ja, doch, ich glaube, Kapitel 3, das war das Erste, was ich mitgekriegt habe, dass dann dran steht, Kapitel 3 oder sowas. Genau. Genau. Und dieses dritte Kapitel besteht eben aus dieser Verfolgungsjagd. Und wir saßen, glaube ich, alle so am Anfang dran, so ein bisschen so, okay, was waren 1 und 2 und wie viele Kapitel hat das und was weiß ich was. Und der Film springt tatsächlich in diesen Kapiteln hin und her. Also es geht ja nicht weiter mit 4 und 5, sondern es bleibt dann sich treu, sondern mal in Kapitel 5, dann 1, dann 6, dann 2 und sowas. Ich habe jetzt die genaue Reihenfolge nicht drin. Aber er springt da sehr, sehr viel und sehr, sehr oft hin und her. Und erzählt dann eben so nach und nach die Geschichte. Und du bekommst dann mehr und mehr ein Gesamtbild, was nicht so dem ersten Eindruck passend ist. Sagen wir es doch mal so. Weil vieles anders ist, als es dir zuerst gezeigt wird. Sehr vieles ist sehr anders. Spoilern auf keinen Fall, sonst verderbt man da. Ja eben, deswegen bin ich sehr, sehr vage, was das angeht. Und es ist ein Film in dem Fall, er läuft unter Horror, Thriller. Also Horror kann ich jetzt nicht ganz nachvollziehen, wo das herkommen soll. Thriller, ja. Und einige Punkte, manche Punkte, wo du einfach, wo ich so ein bisschen Facepar-Momente auch einfach hatte, weil man sich schon ein bisschen dappich anstellt. Mal wieder. Und, aber der Eregat wird schon schwer. Nee, ich meine ja, ich meine Horror passt schon, weil, also Horror, okay, wer jetzt an Horrorfilme denkt, der deutsche Begriff Horrorfilme, das sind halt irgendwelche, was weiß ich, mit Slashern oder mit irgendwelchen gruselichen. Aber wenn man es aus dem Englischen übersetzt, ist ja quasi, heißt ja so viel wie irgendwie Schrecken oder Grauen oder Entsetzen oder sowas. Oder Angst, so in der Richtung, ja. Und das passt schon ganz gut. Also, weil wir sehen ja, was für eine Angst sie erleidet bei der Verfolgungsjagd am Anfang, ja. Sie fährt dann mit dem Auto und er schießt ihr hinterher und das Auto crasht und sie muss wegrennen und so. Ja, ja, ja. Deswegen sage ich, es ist alles so ein bisschen, ein bisschen anders. Und ja. Ja. Ich überlege, was man noch sagen kann, ohne dass man zu viel verrät. Was man auf jeden Fall sagen muss, ist, dass Giovanni Ribisi, der Schauspieler Giovanni Ribisi, hier die Kamera gemacht hat bei dem Film. Also, er hat sich hier als Kameramann betätigt. Das hat mich am Schluss bei den Credits auch überrascht. Also, wer Giovanni Ribisi, man kennt ihn eigentlich aus den diversen Filmen. Der war zum Beispiel der bei Soldat James Ryan, der da den Bauchschuss bekommt, der Medic und so weiter. Kann man vielleicht am ehesten. Aber er hat in vielen Filmen auch mitgespielt. Und der ist hier Kameramann gewesen. Das hat mich überrascht, weil normalerweise ist so der Weg vom Schauspieler eher auf den Regiestuhl. Aber hier Kameramann, okay. Aber toll gemacht auf jeden Fall. Und ich glaube, da hat er auch produziert oder so. Also, wie gesagt, es ist schon, ja, ein Film gewesen, der halt eine eigene Erzählrichtung hat, der sich ganz anders aufbaut mal, nicht vor Gewalt zurückschreckt, aber da auch nicht den letzten Schritt geht, so hatte ich das Gefühl. Und, ja, schwierig, wie gesagt. Ich sage es auch gleich, er hat mich nicht zu 100 Prozent überzeugt. Aus dem Grund, weil ich teilweise die schauspielerische Leistung teils gut, dann teils eher so ein bisschen leihenhaft fand. Das hat für mich das so ein bisschen geschwankt bei den Hauptdarstellern, was es dann wieder ein bisschen schwierig gemacht hat. Und manch Dialog war dann auch ein bisschen seltsam. Und ich darf dann ganz kurz an die Hippies erinnern, die sie treffen. Die gingen mir, also, granatenmäßig auf den Zeiger. Kann ich gar nicht anders sagen. Ja. Ja, und das hat so insgesamt so ein bisschen schwierig gemacht für mich. Bisschen. Das ist halt True Crime, ne? Also, das sind jetzt keine, das ist jetzt keine geskriptete Story, die halt wirklich perfekte Darsteller hat, wo alles perfekt funktioniert. Und das habe ich dem Film auch abgekauft die ganze Zeit, dass eben der Typ, der sie verfolgt, der macht halt auch nicht alles richtig. Und sie macht auch nicht alles richtig. Und da passieren halt Sachen, wo man denkt, oh, okay, aber ja, wenn du da dreimal drüber nachdenken kannst, klar, aber in der Situation, wo das passiert, da handelst du halt vielleicht eben nicht so oder es passiert eben doch was Unerwartetes. Und was man vielleicht noch sagen kann, der Typ, der sie verfolgt, was so quasi das erste, das Kapitel ist, was man am Anfang sieht, das dritte Kapitel. Ähm, wir sehen dann auch in dem nächsten Kapitel, wie die zwei sich kennengelernt haben eigentlich, ja, also die, die haben sich halt vorher schon kennengelernt und was da alles so gelaufen ist und ein bisschen schief gelaufen ist vielleicht auch. Und das war wirklich so eine gut dargestellte, wirklich so absolut cringige Situation, ja, also der hat sie irgendwie abgeschleppt und, ähm, sie sitzen erst im Auto, wollen dann in so ein billiges, schäbiges Motel reingehen. Und die Szenen sind wirklich unangenehm langgezogen und das macht so ein ganz unangenehmes Gefühl. Man denkt jederzeit, passiert irgendwas und, ähm, ja, ob da was passiert und was da passiert, das möchte ich jetzt mal nicht vorwegnehmen, das wäre dann ein Spoiler-Talk. Und was man vielleicht noch erwähnen kann, äh, ich glaube, ich hatte auch erwähnt, dass der immer zwischen den Kapiteln hin und her springt, äh, stimmt gar nicht, sondern er erzählt schon die Kapitel einzeln, ja. Also er springt jetzt nicht, wir beginnen mit Kapitel drei und er springt später nochmal zurück in Kapitel drei, so nicht, sondern er sagt am Anfang, der Film hat sechs Kapitel und es beginnt mit Kapitel drei und dann kommt irgendwie Kapitel zwei oder so und dann erst mal vier oder fünf, ich weiß nicht mehr genau. Also er springt nicht hin und her, es ist so ein bisschen ähnlich wie bei Pulp Fiction, wo man halt so Versatzstücke von dem eigentlichen, von der eigentlichen Story sieht und dann dadurch, dass man eben so die Vorgeschichte erfährt, erfährt man dann eigentlich, ah, okay, das war so, aha, mhm. Und das, ach, und das war da, deswegen und, ha, 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 so, in der Richtung geht das eher. Aber ich mochte diese, ja, diese, diese Roughness von diesem, ja, fast schon ein bisschen amateurhaft wirkenden Film, der aber an sich sehr, sehr gut inszeniert war und gefilmt war. War halt wirklich so eine, so eine True-Crime-Geschichte, die einfach, äh, verfilmt wurde. Äh, gab's diesen Fall wirklich? Das stand zumindest am Anfang da, ich hab das jetzt nicht, äh, näher recherchiert, stand zumindest am Anfang da, dass es auf einer wahren Geschichte basiert von einem, äh, Killing Spree, äh, was sie lange nicht aufgelöst haben in den USA, weil das auch teilweise überhaupt nicht miteinander verbunden war, die Morde, weil das teilweise, weiß ich nicht, äh, in, in ganz anderen Regionen passiert ist, wirklich, und auch wenig Ähnlichkeiten hatten, die Mörder, äh, die Morde. Konnten sie gar nicht so richtig, äh, die in Verbindung bringen und wir sehen quasi hier in dem Film sozusagen das Ende dieses Killing Sprees, ähm, wo sie dann halt so ein bisschen dann auch schon wissen, wer könnte das sein und, ähm, wie könnte sich das abgespielt haben und, ja. Ja, und, ja, es ist halt immer schlecht, wenn, dass du dir die Moderation machst und dann immer so ein bisschen den Anfang verpasst, der einen gerade bei diesem Film sehr, sehr reingesaugt hat, ähm, wo halt wirklich, äh, ja, wenn da die Texttafeln steht, man denkt, okay, jetzt, das weiß ich, was mich hier erwartet und dann wirst du da so reingeschmissen in diese Verfolgungsjagd, in dieses Ding und, hm. Ja, vielleicht sollten wir noch erwähnen übrigens, dass der Film ja in, auf 35 Millimeter gedreht wurde. Ah, genau, ja, das, das war auch noch eine Besonderheit, stand am Anfang da, filmt in, äh, ja, also auf Analogfilm, also, und wer, wer sich ein bisschen auskennt, das sind riesige Kameras, die das verarbeiten, ja, also das ist jetzt nicht mal einfach, hier so eine GoPro und gerade bei diesen ganzen Verfolgungsjagden und alles, was die da hatten, das war schon ein gewisser Aufwand, den die da betrieben haben. Vielleicht auch gepusht durch den Kameramann Giovanni Ribisi, der das gerne auf 35 Millimeter, äh, 35, 32 Millimeter? 35. 35, okay. 35, okay. Also ich habe jetzt gerade nochmal nachgeschaut, da stand 35 Millimeter. Okay. Ja, vielleicht, dadurch wirkt das auch, äh, ich habe ja schon den Vergleich mit Pile Fiction schon mal gezogen, Pile Fiction war, glaube ich, ein ähnliches Bildformat und bei uns in der Sneak Preview ist es immer so, ähm, da kommt, nachdem der Chris, äh, die Moderation gemacht hat, ähm, und es wird dunkel im Saal, kommt meistens erstmal so ein Trailer fürs, fürs Kino oder irgendwie Dolby-Trailer und sowas und dann, äh, fährt quasi so die Leinwand, ähm, fährt sich so zurecht für das Bildformat, was wir erwarten können, ja, von dem Film. Und das ist schon immer ein gutes Zeichen, wenn das wirklich in so ein extremes Breitwand-Bildformat geht, dann weißt du schon mal, okay, das ist jetzt nicht unbedingt eine, eine ARD-Produktion oder Arte oder, na, obwohl Arte kann sein, aber, es ist zumindest mal nicht ein Film, der eigentlich fürs Fernsehen gedreht wurde, sagen wir es so, weil dann hast du das typische 16 zu 9, sondern hier ist die, die, die Leinwand, das aufgefahren, 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 hat gar nicht mehr aufgehört, ne, aufgefahren und dann von oben und unten die, die, die Balken reingefahren, also der Vorhang, um das abzudecken, ja, und da hast du schon gedacht, boah, was kommt jetzt? Und dann, ja, stand da, filmt in 35 Millimeter und dadurch wirkt das natürlich auch nochmal ganz anders, dieser, dieser Film. Krass. Ja, genau. Ich glaube, jetzt müssen wir mal in den Spoiler-Talk gehen, oder? Wir sind jetzt hier ein bisschen... Wegen mir. Ja, mal gucken, ob ich, habe ich den hier überhaupt noch drauf? Ach ja, hier. Also für alle, die jetzt noch dabei sind, magst du noch sagen, was dann eigentlich passiert, oder? Naja, wie es sich herausstellt, ist die gute Dame eine gesuchte Killerin und so wirklich auf der Flucht vor dem Typen, der eigentlich ein Cop ist. Also sie ist die eigentliche. Ja, sie ist der eigentliche Bösewicht in diesem Film. Und auch in der ganzen, ich würde sagen, fast die erste Stunde ungefähr von dem Film, sieht es halt so aus, als wäre er dieser, dieser Killer, wo er sie abschleppt und immer, sie fragt ihn dann, ob er ein Killer ist und er sagt so, nee und so und denkst du, ah, okay, wir wissen doch, du bist ein Killer und so. Ja, ja, deswegen ist es schon, ja, spannend auf jeden Fall. Und dann die Nacht und das fand ich auch, das fand ich auch ganz interessant, diesen Twist, nur halt, aber das andere fand ich so ein bisschen zäh und auch wie die Leute sich da teilweise gegeben haben, wie das dann teilweise ablief. Die Hippies, wie gesagt, oh mein Gott, die gingen ja richtig auf den Zeiger. Die waren ja nicht so lange dabei, aber da war ja auch so ein schöner Twist, dass man, dass ja der Typ tot da lag und als er das Haus, nee, wie war das? Ja doch, als er reinkommt, lag er schon tot da. Und man wusste ja gar nicht dann, wer, wer hat hier wen umgebracht und dann haben wir erst mal erfahren, dass sie ihn ja umgebracht hat und so, also das war schon, ich mochte den Film sehr, aber gut, das geht eher so in die Kritik, die man, die man im Spoiler, im Nicht-Spoiler-Talk reinbringen müssen. Ja gut, aber das haben wir gerade ja auch schon gespoilert, dass da jemand umgebracht wird. Ja, nee, deswegen, also, ja, sie versteckt sich ja dann noch da in dieser, in dieser Kühltruhe und er findet das raus. Ja, und der erschießt sich aber dann auch halt nicht und das ist das Nächste, also, das ist alles so ein bisschen strange. Er ist ja Polizist, er kann sich ja nicht einfach erschießen, das ist ja hier Selbstjustiz, kann er nicht bringen. Ja, können tut er schon. Ja, natürlich, angekettet an der Kühltruhe mit dem Kopfschuss, also ich weiß nicht, das sieht da. Ja, das sieht seltsam aus. Ja, deswegen, aber er hat sich natürlich dann auch dappich angestellt, aber das ist halt so, wenn das halt so war in dem True-Crime-Fall, dann war es halt so, ne? Das darf man halt auch nicht vergessen. Ja, 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 okay, okay. Dass ihm dann da die Halsschlag aber auch beißt. Gehe ich mit, aber ansonsten, wie gesagt, ich fand, teilweise die Dialoge fand ich schon hart an der Grenze. Das Verhalten ist teilweise hart an der Grenze. Deswegen war es ein bisschen schwer manchmal für mich, sagen wir es doch einfach so. Du hast da mehr Zugang wahrscheinlich wieder gehabt, weil du dich mehr in die Situation reinversetzen kannst als Polizist, aber für mich war es eher so, ja, für mich war es ein durchschnittlicher Film. Aber das sind wir zum Beispiel bei der Bewertung, das muss man aufpassen. Ja, ich fand es gerade gut, dass man eben, ja, dass der Film mich ständig überrascht hat. Also, ups, okay, sie ist die eigentlich, ah, okay, jetzt ist hier, ach so, sie hat den umgebracht, ah, okay. Und du, ach, scheiße, sie lebt noch und na, also, es war halt ständig und dann diese komischen Weirden, die du Hippies nennst, ja, also normalerweise. Die haben sich selber so bezeichnet. Ja, nee, ich meine, normalerweise in anderen Filmen ist es dann so, da sind plötzlich die, die, äh, die Übeltäter, weißt du, sind plötzlich die, die irgendwo remote leben, sind plötzlich Menschenfresser oder irgendwas, ja. Äh, wie bei The Hills Have Eyes oder irgendwelche Geschichten, die dich dann aufnehmen, du denkst, alles ist gut und dann stellt sich fest, ah, die wollen mir ans Fleisch oder so. Also, deswegen, ja, also, ich fand, der Film hat mich ständig im positiven Sinne überrascht, äh, dass er eben nicht so die Wege eingeschlagen hat, die ich von ihm erwartet hätte. Das fand ich halt richtig gut. Ich glaube, jetzt müssen wir mal aus dem Spoiler-Talk mal rausgehen und dann mal in die Kritik einsteigen. Jetzt finde ich, ach, hier war das die Taste. Ja. Achtung, Spoiler-Warnung. Ja, jetzt sind wir wieder zurück aus dem Spoiler-Talk. Wir haben im Spoiler-Talk schon, mussten schon leicht in die Bewertung einsteigen, aber das fassen wir jetzt nochmal ein bisschen zusammen, würde ich sagen. Also, mich hat der Film auf angenehme Weise sehr oft überrascht. Ähm, und auch gerade, ich mochte sehr, dass diese Erzählstruktur, die ich am Anfang ein bisschen, ich fand sie, ehrlich gesagt, ein bisschen nervig, weil ich dachte, oh, come on, ey, warum kannst du es nicht einfach straight erzählen? Aber dann ist mir relativ schnell klar geworden, äh, warum diese Erzählstruktur so gewählt worden ist und dann fand ich es irgendwie genial und diese Szene, die etwas langgezogene Szene im Motelzimmer, die, die zwischen Cringe und, und Bedrohung hin und her geschwungen ist, hat dann auch durchaus Sinn gemacht und auch am Ende, also ich war sehr angetan von dem Film. So eine kleine Horror-Perle, würde ich es nennen, ja, oder wer sowas mag. Chris war nicht ganz so angetan, bin ich mal gespannt. Ja, ich war nicht so angetan, weil, wie gesagt, ich manche Gespräche einfach doof fand, ich fand die schauspielerische Leistung mal schwanken zwischen ganz cool, dann nicht. Dieses Springen hin und her springen, ja, hat seinen Sinn ergeben, hat, hat seine, seinen, seinen Charme, ähm, und alles, aber so insgesamt fand ich es dann, haben leider ein bisschen die negativen Sachen, äh, überwogen. Und, und, und deswegen, ja, bin ich bei 5 von 10 Punkten. Hm, okay. Gerade noch eingefallen ist, ich fand auch diesen, diesen Kontrast so stark zwischen diesem wirklich aufgeblasenen Breitwand-Filmformat, dieses 35 Millimeter und dann diese doch, ich sag mal so, amateurhafte Geschichte, die, die, ähm, ja, diese, diese True-Crime-Geschichte. Irgendwie wirkte das eine so wie, oh, das, jetzt kommt hier so ein absoluter Top, also das sah halt auch so gut aus, gut inszeniert, die Kameraeinstellung und sowas und dann, äh, war da aber die Geschichte so ein bisschen dilettantisch, also nicht inszeniert, sondern weil die halt so, äh, agiert haben, die Person und so. Also, ah, ich hatte, ich hatte viel Freude bei dem Film, muss ich sagen, und dadurch, dass ich nicht wusste, was mich da erwartet, ähm, dass der Film mich so oft überrascht hat, ähm, wo es, war, bin ich auch die ganze Zeit irgendwie dabei geblieben, weil ich dachte, okay, was passiert jetzt, okay, was, jetzt, der Film hatte ich jetzt schon dreimal in die Irre geführt und, äh, was anderes aufgemacht, jetzt muss ich auf alles achten, ja, so ungefähr. Okay. Also von mir acht Punkte für diesen Film, sehenswerter Film und wir werfen doch gleich mal einen Blick in unsere Gruppe, die ich noch gar nicht, äh, was heißt Gruppe? Nee, nicht Gruppe, an unserer Webseite kinocast.net, wo ja das Posting für die Sneak Preview Stuttgart 1238, äh, ganz oben angepinnt ist aktuell noch und, oh ja, da hat sogar eine Person neun Punkte gegeben, äh, das Gros hat acht Punkte gegeben, dann sieben Punkte, sechs Punkte, dann ist der Chris dabei, eine Stimme von zwei für fünf Punkte und eine Zuschauerin, äh, ein Zuschauer hat vier Punkte gegeben. Es empfehlen aber drei Leute den Film nicht weiter, das ist komisch, äh, liegen doch eigentlich alle über der Hälfte, ja, wahrscheinlich die drei. Ja gut, wenn die, die beiden Fünfer und der Vierer. Wahrscheinlich. Du empfiehlst ihn auch nicht weiter? Nee, ich empfiehl ihn tatsächlich nicht weiter, ich wüsste auch nicht, wem, wem ich der sagen sollte, hey, guck den an, der ist cool. Du wüsstest nicht, wem du den Film, also irgendjemand, der so ein bisschen verschachtelte Horror-Trope rein? Ich hab ihn Kate empfohlen, ja, aber. Also, musst du Jagd tippen. Du hast ihn empfohlen. Das ist, das ist digital, empfiehlst du den Film weiter? Ja, nein, du hast einer Person empfohlen, ja. Ich kann hier gerade nochmal auf Ja klicken, ich hab mich auf Ja geklickt, das ist okay für dich. Nee, ich glaub, du musst dann mehrmals auf Ja, damit sich das wieder ausgleicht, oder? Ach so, ja, ja. Herr Mathelehrer. Zum Glück fälschen wir hier keine Ergebnisse. Nee, also, ihr da draußen, ihr habt die Chance, diesen Film auf jeden Fall ab Dezember digital zu sehen. Also, ich wiederhol's nochmal, ab dem 5. Dezember gibt's den digital zum Laien und ab dem 12. Dezember gibt's den auf Disc, also Blu-Ray, DVD und als Zwei-Disc Limited Collector Edition im UHD, Mediabook, 4K, UHD, Ultra und Blu-Ray. Okay, genau. Oh, die sieht gut aus, die Edition hier. Ah, vielleicht hol ich mir die mal, wer weiß. Ja, dann könnt ihr euch selber ein Urteil bilden. Oder, wenn ihr regelmäßig in Sneaks geht in Deutschland, habt ihr vielleicht die Chance, den noch zu erwischen irgendwo. Und dann wünsche ich euch auf jeden Fall viel Spaß, dass es euch nicht so geht wie ein Christ, der, wo der nicht so verfangen hat, sondern, dass es eher ist wie bei mir, dass er auch begeistert rausgeht. Ist es jetzt nicht so, dass ich total enttäuscht bin? Ja, nö, das war jetzt keine Kritik, war ja nur, bei dir hat's halt nicht so verfangen. Ja, ja. Genau. Wie lautet denn der Tipp der Kinoleitung für die morgige Sneak Preview am 21.10.? Das wäre dann die Sneak Nummer 1239. Muss man auch erstmal hinkommen auf so eine Zahl. Und der Tipp heißt, man sieht sich immer zweimal im Leben. Erik, sind denn da Tipps eingegangen? Ja, erstmal noch der Hinweis, der auch mit hier bei dem Tipp dabei steht. Die Sneak morgen findet im Gloria 2 Kino statt. Also, wenn ihr sonst immer einfach so auf die Innenstadtkinos.de Webseite gegangen seid und Gloria 1 und dann eure Plätze gebucht habt, guckt da zweimal hin, weil ihr müsst in das andere Kino buchen, ja, für die Sneak, weil im Gloria 1, da läuft bestimmt irgendwas anderes oder so, schätze ich. Oder es hat irgendwas damit zu tun, dass der Film nur da oben auf diesem Rechner da zur Verfügung ist oder irgendwas oder THX oder keine Ahnung, was da oben in dem Atmos, ja, kann sein, dass der einen Atmos Track hat und den gibt's eben nur da oben. Okay, also, ihr wisst Bescheid, guckt genau, Gloria 2 morgen, das ist dieses schöne Amphitheater mäßige, ich mag das sehr. Aber ich bin ja auch etwas kleiner und bei dem Amphi kann ich besser gucken, weil die vorhergehenden Reihen sind dann niedriger. Es gibt diese Sitzschalen, Erik, die kann man sagen. Ja, vielleicht wäre das mal ein Ding, aber das geht halt nur, wenn ich ganz hinten sitze, sonst merke ich, sonst nerve ich die hinter mir. Es sind Tipps eingegangen. Der Martin, schöne Grüße, ein fleißiger Tipper, nachdem er in den letzten Wochen immer falsch gelegen hat, sagt, er ist sein Tipp heute The Room Next Door von Pedro Almodovar. Ja, da bin ich ja mal gespannt, ob er dann jetzt mal einen richtigen Tipp landet. Und ich tippe The Red One, Alarmstufe Weihnachten. Könnte sein, man sieht sich immer zweimal im Leben oder so, weil, wenn man nämlich den Weihnachtsmann verärgert, man sieht ihn ja mal wieder und dann kriegt man vielleicht keine Geschenke oder so. Ja, das war mein Gedanke. Und außerdem wegen Gloria 2, ich sag mal so, in Gloria 2, wenn wir da umziehen mussten, dann war das jetzt nicht ein Film aus dem untersten Regal, sondern das war dann schon, ja, irgendwie so ein bisschen was Besseres. Der Tipp könnte allerdings auch auf Bagman passen, das ist so ein Horrorfilm, wo so ein Wesen dann halt immer wiederkommt. Irgendwie hat da so ein Kind, glaube ich, irgendein Gruselwesen und als das Kind dann später erwachsen ist, kommt das halt wieder, deswegen könnte der Tipp halt auch passen. Die Selina tippt Salem Slot, ist glaube ich eine Stephen King Verfilmung und der Cinebasti, ja, genau wie Martin, lag er auch immer daneben. Ja, es geht Menschen wie den Leuten, ich lag auch immer daneben. Er versucht es weiter und tippt Terrifier 3, weil sich ja die ProtagonistInnen jetzt auch wiedersehen. Ja, okay, da haben an sich anscheinend auch welche den zweiten Teil überlebt, höre ich da raus. Aha, ich bin sehr gespannt, was da von morgen in der Sneak kommt, sehr gespannt. Sind wir alle. Gucken wir mal, was noch so anläuft und wie die Charts aussehen, vielleicht ist da irgendwas cooles dabei. Machen wir erstmal die Charts und ja, Platz 5 ist der neue Film mit Christoph Maria Herbst, der Buchspazierer. Wo ich ja das super Giveaway dabei hatte, ne? Weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast? Nee, was war das? Als Giveaway für, oder als Geschenkchen für die Sneak hatte ich dabei eine Packung Buchstabennudeln. Ach, stimmt. Vom Film, das fand ich sehr, sehr schön. Ein Spazierstock wäre passender. Ja, ein Spazierstock, aber den brauche ich selber, um schön dazu. Auf Platz Nummer 4 in den Innenstadtkinos, in den Charts ist Joker 2. Fö, adua, dö, adue, mü, tü, mü, tü, mü, tü. Ja, Platz 3. Und das wundert mich echt, dass der nicht weiter oben ist, weil gerade jetzt, der wilde Roboter, der hätte es viel mehr verdient, viel weiter oben zu stehen. Tja, schade eigentlich. Platz Nummer 2 ist halt der Film, der im Jahr auch ein bisschen auch den Rang abläuft, weil eben schon zwei andere Teile davon da waren, und zwar die Schule der magischen Tiere, Teil 3. Und Platz 1, und das wundert mich echt, weil... Mich nicht. Kranko. Ja, nee, wundert mich nur, weil das ja hier in Stuttgart, glaube ich, so ein Thema ist, weil das ja irgendwie Stuttgarter Theater oder sowas, Ballett, irgendwas thematisiert, ja. Also das ist ein bisschen was Einzigartiges hier. Kranko, habe ich schon gesagt, ja. Ja. So, was läuft denn diese Woche an? Es läuft an, oh, 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 es läuft an Woodwalkers, da habe ich den Trailer gesehen und fand den richtig scheiße. Der Trailer sieht so furchtbar aus. Als ich mit meinem Kleinen in Der wilde Roboter war, lief der Trailer vorher, Gott ist der schlecht, der Trailer, Hilfe, Hilfe. Es basiert wohl auf einem sehr bekannten Jugend-Fantasy-Roman, aber der Trailer sah schon so scheiße aus und, oh, nee. Also ich wünsche dem Film natürlich jeden Erfolg, den er hat. Das ist halt irgendwie, glaube ich, es wirkt ja so wie ein deutscher Film, der so auf amerikanisch gemacht ist, so. Und damit das so klingt und sich anfühlt, als wäre Amerika, aber wirkt halt einfach schlecht. Also zumindest der Trailer. Okay. Richtig Bock also auf den Film. Hoffen wir mal, dass der nicht kommt. Dann startet noch Venom 3 The Last Dance. Tom Hardy ist zum dritten und wohl auch letzten Mal in einem SSU-Solofilm als Venom zu sehen. Was ist ein SSU-Solofilm? Sony The Universe. Sony Superhelden-Universe-Solofilm. Vielleicht. Ich weiß nicht. Ah ja, okay. Bin gespannt, ob sie da den Kniff hinkriegen zu Spider-Man. Mal gucken. Gefällt mir der Trailer auch nicht bei dem dritten Venom. Weiß nicht. Mir hat der zweite Venom ja schon nicht gefallen. Bist aber heute ein bisschen picky. Nee, ich sag schon, hier wird Klartext geredet im Podcast. Wir beschönigen hier nix. Also Venom 1 fand ich überragend gut. Venom 2 fand ich schon nicht mehr so gut. Und bei Venom 3 gefällt mir schon der Trailer nicht. Es läuft auch noch an, es kommt ja jetzt hier der Horror-Oktober. In a Violent Nature, ein Slasher-Horrorfilm aus Kanada. Hat er eine, ach nee, ich dachte erst, er hat ein Eishockey-Ding in der Hand, aber es ist eher so ein Haken. Ja, nee, das ist eher so ein, was ist das? Ja, so ein Schlitzehaken. So ein Fleischerhaken. Was haben wir dann noch, was ist noch interessant? Dragon Keeper, Animationsfilm. Dragon Keeper, ja. Münter und Kandinsky. Den hat man aber getippt, weil das auch von der, von dem ein Filmverleih ist, der hier in der Nähe aktiv ist. Ja, und der dauert 125 Minuten. Ich weiß nicht, ob wir den sehen wollen. Hypnose fände ich vielleicht noch ganz interessant. Das skandinavische Sozialsatire um eine junge Frau, die nach einer Hypnose-Therapie mit den Normen im Beruflichen und Privaten bricht. Das könnte, wenn das dieser skandinavische Humor dabei ist, könnte das sehr, sehr krass sein. Ja, eventuell. Und zwei Filme müssen wir noch kurz erwähnen, wenigstens The Room Next Door. Der ist nämlich getippt worden. Dieses Drama von Pedro Almodovar mit Tilda Swinton und Joel Moore geht knapp zwei Stunden. Wäre natürlich angenehm für den Sneak am Montagabend. Ein Drama, zwei Stunden, sehr gut. Haltlos startet auch noch ein Drama von Kida Akkorda Ramadan, der ja bei Four Blocks hier die Hauptrolle gespielt hat. Großartiger Schauspieler und Regisseur auch. Mit Lilith Stangenberg, die als junge Mutter eine schwere Entscheidung trifft. Mal gucken, was uns da noch so, ich denke mal, Venom 3 wird alles abräumen. Und eventuell der Horrorfilm könnte sich auch ganz gut platzieren. Ich glaube, alle anderen werden es schwer haben. Ich weiß gar nicht aktuell, wie Hagen läuft. Das wollte ich eigentlich auch mal gucken, weil der deutsche Film, hm. Nur ja, dann sind wir da durch mit den Filmstarts und Charts. Und dann gucken wir mal ins Heimkino rüber. Heimkino. Fällt mir gerade zum ersten Mal auf, das ist eigentlich Quatsch, dass da so eine Filmprojektor anläuft im Heimkino hier beim Teaser. Aber egal. Ja, wobei, ich habe mir das immer so vorgestellt, dass du zu Hause halt so eine Kamera hast. Oder halt auf jeden Fall jedes Mal, wenn du einen Film guckst, so im Hintergrund für das Ambiente so dieses Ding laufen lässt. Ach so, immer dieses wie früher. Dieses Rattern hast du deswegen. Naja. Ich habe einen von diesen Screener-Links geschaut, die wir da bekommen haben von dieser einen Firma. Und zwar der Eicyklon. Originaltitel Super Eicyklon. Und der hat sogar, was ja eigentlich immer so eine deutsche Unart ist, so einen Zusatztitel. All hail is about to break loose. Also nicht all hell, also nicht die Hölle ist dabei loszubrechen, sondern all hail, also der ganze Hagel ist about to break loose. Ja, ein Wortspiel. Ein kanadischer Film. Ein kanadischer Film. Von Asylum ist die Produktionsfirma, die den Film produziert hat. Und wer die Asylum kennt, die machen viel so sogenannte Mockbuster-Filme. Das heißt, wenn irgendein Film rauskommt, weiß man sich, die Independence Day und der ist halt irgendwie besonders, warte mal, ich schicke dir mal einen Link. Ich werde den Link auch mal posten in unserer Gruppe. Also man sieht schon an den Covers, da gab es zum Beispiel letztens einen Film, der hieß The Twisters und dann irgend so einen Zusatztitel, als hier Twisters im Kino war. Und ja, die haben halt lauter solche San Andreas Mega Quake, zum Beispiel als San Andreas im Kino war. Die versuchen halt so ein bisschen über diese, oder Top Gunner gab es hier einen Film, als Top Gunner im Kino war. Die versuchen halt ein bisschen die Leute in die Hürre zu führen. Und die denken, ah, die gucken nur so, sehen dann die Blu-Ray und kaufen die, weil sie denken, das ist der andere Film. Und ja, dann hat man den Falschen. Ja, und super Eicyklon oder der Eicyklon. Es geht um eine Wissenschaftlerin, gespielt von Jill Sanders, die am Anfang, sehen wir sie in ihrer Forschungseinrichtung, die aussieht wie bei uns der Pausenraum, den wir in der Firma haben. Das ist die Forschungseinrichtung, die die haben. Und da ist sie in einem wirklich hautengen, red, roten, roten Kleid, was ihre Kurven betont, die sie durchaus hat. Und ich dachte erst, oh, das ist jetzt hier, das geht jetzt hier in eine ganz andere Richtung der Film. Aber nein, sie feiert ihren Hochzeitstag. Zahl bitte hier einsetzen, habe ich vergessen. Und sie möchte damit ihren Mann überraschen. Macht man natürlich damit, indem man früh auf Arbeit schon das Kleid anzieht, womit man den Mann abends überraschen will, ganz klar. Damit man während der Arbeit die ganze Zeit seine Hupen zeigen kann. Achtung, jetzt sexistische Sprache hier, wenn ihr es nicht vertragt. Und ja, jedenfalls passiert aber dann während dieses Tages fällt irgendein Sensor aus an irgendeiner Messstation. Und sie muss dann irgendwie in den Norden fahren, wirft sich dann natürlich noch eine Jacke über, hat aber das Kleid drunter, weil ihr Chef, der will auch niemand anders schicken. Und sie sagt, sie muss das machen. Sie sagt, ich habe aber Hochzeitstag und wir haben immer so ein besonderes Essen, wo dann danach gebumst wird und da will ich gern zu Hause sein. Und mein Mann, der kocht dann immer extra Pasta und so. Und das wirkt so, als hätten die nur einmal im Jahr. Und das ist halt was Besonderes. Und ja, jedenfalls fährt sie dann dahin und stellt dann fest, oh, diese Messwerte. Und man sieht dann auch diese Fischer, die dann überrascht wurden von diesem ersten Eiszzyklon, der sich da angedeutet hat. Denn dieser Eiszzyklon, der schleudert quasi Eiszapfen durch die Gegend, die dann wie Dolche durch die Luft fliegen. Und das ist dann ganz cool gemacht. Also wenn dann so die Leute von so einem Eiszapf getroffen werden und der steckt dann so im Auge drin und so. Das ist Make-up-mäßig ganz cool. Ja, und sie nimmt dann auch so einen Eiszapfen dann mit und untersucht den und stellt dann fest, oh, das ist ja genau die Theorie, die ich hatte, als ich damals an der Uni, in Klammern, Bemerkung von mir, die sieht nicht aus, als hätte sie jemals einen Uni besucht. Auch Klammer zu, ja, als ich damals hier diese Doktorarbeit oder was ich da geschrieben habe, ja, das habe ich genau das beschrieben und das trifft jetzt ein. Und natürlich hört keiner auf sie, auch ihr Vorgesetzter nicht und das ist alles ganz furchtbar. Ach ja, ihre Tochter, die macht mit ihren Freunden irgendwie einen Ausflug, natürlich in so eine Hütte da irgendwo in der Nähe von diesem Eiszzyklon. Und die muss sie dann auch noch retten und die stellen, also das Kuriose ist hier, die Frauen in dem Film, die haben komplett die Ahnung und die Männer werden hier als doof dargestellt, die überzeugt werden müssen. Das Komische ist aber, dass dann die Frauen auch sehr dämlich handeln und sich immer von Männern retten lassen müssen. Also das passt irgendwie alles überhaupt nicht zusammen und es ist ein sehr schlechter Film, es ist noch nicht mal ein Schläfertsfilm, weil bei einem Schläfertsfilm, der wäre ja wenigstens irgendwie noch lustig an einer gewissen Stelle, weil er einfach so dämlich ist, weil er einfach irgendwie ernst, der versucht einfach so in diese Richtung zu gehen, solchen Leuten, die so Schläfertsfilme mögen, wie Sharknado oder solche Geschichten, denen einfach irgendwie so was hinzuwerfen, so nach dem Motto, hier guck mal, das ist so ein richtiger Trashfilm, aber der ist so bewusst auf Trash gemacht, dass er eigentlich nicht mehr cool ist. Und deswegen wirklich, also ich habe zwar so Mut zum Trash, aber der Film war wirklich, wirklich, wirklich schlecht. Ich gebe da nur zwei Punkte, wegen den Effekten auch und weil er doch zwei, drei ganz nette Szenen hatte, aber ansonsten war er wirklich unterirdisch schlecht, dieser Film. Eisziklon, super Eisziklon und hast du jetzt Lust, den noch zu gucken? Ja, habe ich auf jeden Fall, weil du hast irgendwas mit Titten gesagt. Man sieht nichts, also das ist wirklich ein ganz braver Film. Mit Brüsten, Entschuldigung. Da wird auch gebumst in dem Film, aber man sieht überhaupt nichts. Also es wird zwar angedeutet, also was heißt angedeutet, man weiß, das passiert jetzt, aber du siehst überhaupt nichts und das wird auch gar nicht erwähnt weiter und so. Weiter sind dann auch ihre Tochter, die will dann zum ersten Mal mit ihrem, den sie da kennengelernt hat und du siehst auch gar nichts und es ist auch alles so ganz blümchenmäßig und ne. Könnte nachmittags im ZDF laufen, es würde keiner irgendwie, ja. Ich möchte mich für meine Äußerungen entschuldigen. Deswegen, also. War drüber. Frankensteins Kung-Fu-Monster war der Schlefatz und Originaltitel Kamenraida Buibsuri Tai Desutul Kajin ist, ich weiß gar nicht, wo der genau herkommt, der Film. Aus welchem Land überhaupt oder so, ich glaube es war Tai oder so, ich weiß nicht. Und es ist ein wirklich völlig abgedrehter Actionfilm, den man sich durchaus mal in diesem Schlefatz-Kontext mal angucken kann. Das heißt, Schlefatz läuft ja jetzt mittlerweile auf RTL Nitro jeden Freitag und da sind dann immer echt lustige Kommentare und auch die Zusammenfassung von Kalkofe und Rütten von dem, was man bisher gesehen hat, ist immer so göttlich lustig. Und der Film war einfach so übertrieben, also ich glaube, es hat auch so eine verwirrende Story gehabt. Da gab es irgend so ein, irgendwelche Superhelden, die dann so Kung-Fu können und die müssen dann gegen irgendwelche Super-Schurken, die von Frankenstein, so eine Art Kung-Fu-Master ausgebildet wurden. Der hieß Frankenstein und ja, natürlich geht es dann um die Weltherrschaft, da wollen sie irgend so einen Vulkan zum Ausbruch bringen und sonst was. Also Riesenquatsch, aber halt in diesem, ja, in diesem Schlefatz-Kontext absolut sehenswert und lustig. Und ich habe mir dafür tatsächlich jetzt RTL Plus geklickt, ja, weil ich wollte nicht RTL Plus klicken, damit die Leute denken, ich will es wegen Stefan Raab klicken. Und jetzt, wo dem seine Quoten unterordentlich schlecht geworden sind, habe ich gedacht, jetzt kann ich es klicken. Und da habe ich, weil ich hatte es mir auch aufgenommen, dachte ich, nee, jetzt klicke ich mir es mal RTL Plus und dann gucke ich Schläfatz auf dem großen Fernseher. Ja, jawohl, da bin ich jetzt dabei. Man könnte auch schon die nächste Folge gucken, aber ich gucke es natürlich dann bevorzugt live, weil man dann mit der Community auf Twitter, auf X, mit interagieren kann. Okay, Serien-Neustarts. Serien-Neustarts, mache ich erstmal hier das Ding für Serien rein. Serien. Die Kate nicht dabei ist, haben wir gar nicht so viele Serien hier immer so zum Besprechen. Es startet jetzt auf ZDF eine Serie, die heißt Concordia, Tödliche Utopie. Da geht es um so eine Zukunftswelt, in der mit KI alles überwacht wird und so weiter. Und das sieht schon ein bisschen aus wie Brave New World. Und da passieren natürlich auch einige Dinge. Gibt es jetzt in der ZDF-Media-Tik schon, ich werde es mal mit verlinken. Am 25. Oktober startet eine Psychothriller-Serie, die erzählt die Geschichte eines Kinderpsychiaters, der nach dem tragischen Verlust seiner Frau auf einen verstörten Jungen trifft, der auf unheimliche Weise mit der Vergangenheit des Mannes in Verbindung zu stehen scheint. Das kommt auf Apple TV Plus, falls ich es noch nicht erwähnt hatte. Und noch eine Serie, die auf Netflix startet, eine australische Serie, das ist vielleicht was für die Kate, die heißt Territory. Darin sucht die Familie Lawson verzweifelt nach einem Nachfolger, der ihre mächtige Rinderfarm im Outback in die Zukunft leiden soll. Daraufhin entbrennt ein brutaler Machtkampf. Und wem das irgendwie bekannt vorkommt, da gibt es ja auf Paramount diverse Serien, die in die ähnliche Richtung gehen hier. Wie ist das? 1893 oder so? Ja, irgendwie sowas. Und 1912 und sonst was, jetzt hat Netflix da ein Pendant dazu geschaffen. Und ja, mal sehen, ich weiß nicht, ob es gut ist, es startet auf jeden Fall neu und die Vorlage ist ja da, wenn sie es halbwegs gut umsetzen, könnte es vielleicht auch ein Netflix-Erfolg werden, für die, die kein Paramount Plus haben. Okay, dann sind wir ja schon soweit durch für heute oder hast du noch irgendwas? Hunger habe ich. Hunger? Okay. Aber das steht auf meinem anderen Blatt. Okay. So, und dann haben wir noch einen Musik-Tipp für euch. Music. Aus dem Film Strange Darling, da kommt ein Lied relativ häufig vor. Und zwar ist das ein Remake von dem Song Love Hurts. Hatte ich, glaube ich, auf irgendeiner alten Kuschelrock drauf, irgendwie Kuschelrock 3 oder so. Love Hurts. Genau. Und hier wird das interpretiert von Seth Berg. Ich weiß nicht, ich hoffe, ich finde das überhaupt auf Spotify, aber müsste schon da sein. Packe ich mit drauf auf die... Pack da einfach Glieder drauf auf die Playlist, die es nicht gibt. Das finde ich gut. Ja, nee, wird schon da sein. Ansonsten packe ich das Original drauf. Ja. Die Playlist heißt Kinokast Songs. Dürft ihr gerne abonnieren auf Spotify. Da kriegt ihr immer ein bisschen was zum Thema Film und Kino drauf an Songs. Und ja, kommt immer zu jeder Sendung was dazu. Dann Chris, vielen Dank fürs Mitmachen. Sehr gerne. Euch da draußen. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich habe letztens festgestellt hier, weil ich bin gerade dabei, ein bisschen die alten Beiträge so ein bisschen aufzuräumen, weil da teilweise Formatierung... Ey, was wir alles für Filme hatten. Krass. Also ihr dürft auch gerne nochmal ins Archiv reinklicken und da nochmal schauen. Also die alten Beiträge sehen jetzt auch mittlerweile wieder ganz gut aus. Einfach mal schauen, was wir da schon so für Filme besprochen haben und ruhig mal alte Beiträge mal nachhören. Und ach ja, wir haben ein bisschen wenig Kommentare immer hier bei den Folgen. Also um nicht zu sagen, gar keine mehr. Ich sehe aber, dass die Zuhörerzahlen doch ziemlich okay sind. Also macht mir jetzt keine Sorgen oder so. Also solange wie die Zuhörerzahlen und die Downloadzahlen so top sind und immer noch weiter ansteigen, macht mir das keine Sorgen. Aber es wäre halt schön, wenn auch mal ein bisschen Feedback oder so. Also deswegen, ich sehe, dass es viele auch auf Spotify hören. Da kann man ja, glaube ich, nicht so richtig kommentieren. Geht am besten, wenn ihr mal Zeit habt, auf kinocast.net. Klickt einfach den Beitrag und lasst uns mal ein paar Worte da, wie ihr das hier so findet. Oder ja, genau. Das war es eigentlich von mir. Bis dann. Nächste Woche dann. Tschüss. Auf Wiederhören. Bis bald im Kinocast. Timocast. Untertitelung des ZDF, 2020